Ist es das erste Mal, dass du den jetzt spritzt? Ne, ich habe ja schon ein paar Mal spritzt, aber schon wieder ewig her. Ey, Hauptsache, der beißt mir nicht. Und wo spritzt du den jetzt rein? Na, in eine Brotfalte. Ich muss besuchen. Ich habe Angst ein bisschen. Ich habe es schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe mir sehr Angst, dass er mir beißt. Warte, warte, ich habe hier kaum Licht. Oh, kann ich die trotzdem noch nehmen? Ja. Hast du wirklich richtig die drin? Kannst du erst schon mal da nehmen, ich spritzt es damit noch? Ja, sie hängt doch. Da sagt die Tierärzten, das ist... Das war schon? Ja, da sagen, in zwei Tagen muss ich wieder da sagen. Ja, ja. Was mache ich jetzt? Ja, nochmal der Rote. Ich spritz das noch mal. Ich spritz das noch mal. Ich saue das noch mal. Was ist das? und